Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, der 30. Juli und ich hatte gerade mal Lust noch einen Vlog anzufangen. Ich fahre jetzt gleich zu Jenny hoch und treffe mich dort mit Nina und ihr und dann gehen wir mit den Hunden eine Runde Gassi und dachten, die Hunde können noch ein bisschen spielen. Es ist jetzt Sonntagmorgen halb neun und es ist schon so heiß bei uns. Das ist meine Güte. Also gestern war es noch recht angenehm, da war es auch noch ein bisschen kühl abends, aber jetzt da draußen ist es eine Schweinehitze und ich weiß nicht, wie das heute noch über den Tag wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Drohne mitnehmen. Ich hoffe und bete, dass ich bei Jenny jetzt irgendwie dazu komme, mal die Drohne auszupacken, anzuschmeißen und mal eine Runde zu fliegen, dass ich euch endlich ein paar Drohnenaufnahmen zeigen kann. Und ja, ansonsten lese ich gerade dieses Buch hier, Wie das Feuer zwischen uns von Brittany C. Cherry. Das ist quasi der zweite Teil zu der Romance Elements Reihe, also zu Wie die Luft zum Atmen. Die Bücher haben aber nichts miteinander zu tun, so gar nicht, gar nicht. Also es sind komplett verschiedene Charaktere in komplett unterschiedlichen Städten und alles. Und ich habe gestern Abend angefangen, ich habe so die erste Hälfte gelesen gestern und es war auch wieder richtig gut. Also im Moment habe ich echt Glück, was diese Nuettel-Liebes-Romane betrifft. Die letzten, die ich gelesen habe, waren allesamt richtig, richtig gut und jedes Buch war auf seine eigene Art und Weise ganz, ganz toll. Und ja, auch das Buch hier ist mega gut. Gut, hier ist mir die Story ein bisschen zu offensichtlich, aber das macht Brittany C. Cherry mit ihrem unglaublichen, wahnsinnig tollen Schreibstil tausendmal wieder weg. Also das ist der Hammer. Die Frau findet so tolle Worte und ja, finde ich einfach ganz, ganz toll. Ja, also wie gesagt, ich werde mich jetzt gleich losmachen und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen mit der Drohne. Die Kamera nehme ich auf jeden Fall auch mit und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir sehen uns später und willkommen in einer neuen Vlog-Woche. Bis dann. Und ich muss leise reden, mein Freund hat eine Nachtschicht und schläft, deswegen. Und ich muss leise reden, mein Freund hat eine Nachtschicht und schläft 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 und schläft. Und ich muss leise reden, mein Freund hat eine Nachtschicht und schläft und schläft und schläft. Und ich muss leise reden, mein Freund hat eine Nachtschicht und schläft und schläft und schläft und schläft und schläft und schläft. Und ich muss leise reden, mein Freund hat eine Nachtschicht und schläft 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 und schl Ich hatte keine Lust zu lesen so richtig, ich hatte nur Arbeiten im Kopf und Haushalt und Familie und Hund und Freunde und ja, es ist einfach auch nichts irgendwie passiert bei mir, weswegen ich dann doch nicht gevloggt habe. Aber letzten Sonntag, das habt ihr ja gerade schon gesehen, da waren wir ja bei Jenny mit der Drohne und das hat voll viel Spaß gemacht, bis die Drohne dann abgehauen ist. Das passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Aber da wie gesagt die ganze Woche nicht wirklich viel bei mir passiert ist, habe ich halt die ganze Woche nicht gevloggt und jetzt gerade habe ich gedreht, weil ich für morgen noch kein Video habe und für nächste Woche Mittwoch noch kein Video habe und für nächste Woche Sonntag noch kein Video habe. Ja, habe ich jetzt gedreht schnell und zwar zweimal die letzten zwei gelesenen Bücher, da musste ich auch echt mal hinten hinterher, da war ich schon wieder nicht zu weit hinten dran. Und dann habe ich noch meinen Neuzugängen im Video gedreht und das geht jetzt Sonntag, Mittwoch, Sonntag online und nächste Woche mache ich mir mal einen Ruhegedanken darüber, was ich online stellen möchte und drehen möchte, denn ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Deswegen dachte ich, ich setze den Vlog jetzt einfach fort heute, wo ich Urlaubsbeginn habe und ich will Montag meine Arbeitskollegin besuchen gehen, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und Mittwoch kommt die Mutti, mit der wollte ich auch noch was machen und dann habe ich da wenigstens so zwei, drei Sachen, wo ich auch mal was mache und nicht nur hier zu Hause bin und so. Jetzt muss ich aber erstmal wieder meinen Chaos da drüben beseitigen, die Wäsche aufhängen, Betten beziehen und das mache ich jetzt mal und dann sprechen wir nochmal ganz kurz über das Buch, was ich heute beendet habe. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe festgestellt, dass mein Knie zusammen mit dem Gorillapod eine gute Stütze ist. Und jetzt hat der Hund sich angekuschelt und es hat gewackelt. Ich habe jetzt erstmal alles erledigt, so Haushaltskram mäßig. Ich setze mich jetzt gleich an den PC und werde meine Videos schneiden, dass morgen auch was online geht. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch noch über ein Buch sprechen, was ich gelesen habe. Und zwar, dieses Buch hier habe ich die Woche gelesen, das Reich der Siebenhöfe, Dornen und Rosen. Es kam ja die Woche der zweite Teil raus, Flammen und Feuer oder irgendwie sowas. Und ja, das Buch habe ich mir ja von der Sina ausgeborgt. Das hatte sie mir ja mitgebracht im April, wo sie hier war. Und ich habe es jetzt endlich gelesen und das war das letzte Buch, was ich mir von irgendjemandem ausgeliehen hatte. Denn das eine Buch, was ich mir von meiner Arbeitskollegin ausgeborgt hatte, Addicted to Sin. Ja, das mit diesen Psychologen. Da habe ich die ersten zwei Kapitel gelesen und dann habe ich mir schon gedacht, nee, danke. Das ist nicht dein Buch, das ist ja zu doof. Und dann habe ich ihr das wiedergegeben. Ja, das heißt, ich habe jetzt keine Bücher mehr hier, die ich ausgebockt habe und nicht gelesen habe. Und ich bin rezi-exemplarfrei. Das heißt, ich kann jetzt meinen Sub abbauen. Aber nur bis Ende des Monats, dann kriege ich wieder ein rezi-exemplar. Na ja, kommen wir mal kurz wieder zurück zum Eigentlichen. Ich wollte euch ja noch erzählen, wie ich dieses Buch fand. Ich fand das Buch richtig gut. Ich habe ja Throne of Glass von Sarah J. Maas auch gelesen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Gerade der zweite Teil ist da, mein Lieblingsteil bisher. Den vierten habe ich noch nicht gelesen, den muss ich noch lesen. Aber ich schrecke ein bisschen davor zurück, weil im dritten Teil bei Throne of Glass ja so viele Handlungsstränge aufkamen. Und da noch ein Handlungsstrang und dort noch ein Handlungsstrang und da noch ein Handlungsstrang. Und ich dachte so, das hat mich voll genervt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dieses Buch hier zu lesen. Aber alles gut, ein Handlungsstrang, alles schön. Ja, in das Reich der Siebenhöfe geht es ja um Feier. Feier? Feire? Was hat denn sie noch für ihn gesagt, wie sie ausgesprochen wird? Feier, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und ja, Feier wird ja an das Reich der Elfen entführt. Ich weiß ja, dass es eine Adaption auf die Schöne und das Biest ist. Also, dass da das Märchen von die Schöne und das Biest so ein bisschen mit drin steckt. Und ich finde, das merkt man. Also, ich mag die Schöne und das Biest sehr. Und man hat hier so kleine Parallelen und so kleine Auszüge aus die Schöne und das Biest, die man auf jeden Fall wiedererkennt in der Geschichte. Natürlich ist das Ende und das Ganze drum und dran ganz, ganz anders als bei Die Schöne und das Biest, was ich aber super finde. Und ja, ich fand das Buch richtig gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand dafür, dass es High Fantasy war, dafür, dass es von Sarah J. Marz war, wo ich so ein bisschen Angst hatte wegen der Handlungsstränge, war es eine richtig tolle, gute Geschichte. Die so ein bisschen, es ist ja ein Jugendbuch, aber sie ging so ein bisschen in Richtung Frau Armentrout mit ihren sexy Liebesszenen, die Liebesszenen, die da so drin vorkamen. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich mochte das Reich der Siebenhöfe wirklich sehr. Und ich habe mit Sina schon gesprochen und die bringt mir dann auf der Frankfurter Buchmesse den zweiten Teil mit. Wenn ich ihr den ersten wiedergebe, dann kann ich den zweiten auch lesen. Dann muss ich mir die Bücher jetzt nicht unbedingt kaufen. Und ja, war ein tolles Buch, hat mir sehr gut gefallen. Also, wenn ihr Bock auf High Fantasy habt mit Elfen und einer Adaption, so ein bisschen auf die Schöne und das Biest, dann schaut euch das Reich der Siebenhöfe auf jeden Fall mit an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und ich fand es gut. Ich mochte es sehr und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das Schöne ist, die Sina hat mir gesagt, es ist nur eine Trilogie, das heißt drei Teile und dann ist Schluss. Nicht so wie bei Throne of Glass, wo jetzt der sechste Band kommt und ich weiß immer noch nicht, ob das der letzte Teil ist. Ich finde ja Tetralogien schön und gut, aber mehr als vier Teile muss eine Reihe echt für mich persönlich nicht haben. Danach wird es einfach nur noch anstrengend. Und ja, aber ich finde es gut. Ich mochte das Buch sehr und jetzt habe ich das Problem. Was soll ich lesen? Ich habe keine Rätseexemplare mehr, ich habe keine ausgebrockten Bücher mehr. Ich kann lesen, was ich möchte. Und ich weiß es nicht, was ich lesen soll. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich weiß es nicht. Ich könnte Flammenmädchen weiterlesen, dann hätte ich den vierten Teil gelesen, dann hätte ich alle Teile gelesen, die auf Deutsch da sind. Weil ich glaube, es gibt bei Flammenmädchen im Englischen noch einen fünften Teil. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Also entweder könnte ich die Reihe beenden oder zumindest weiterlesen. Dann habe ich noch zwei Teile der Elemental Esther Sinnreihe hier stehen, die ich mitlesen könnte. Dann könnte ich aber auch eigentlich mal meine ganzen Einzelbände lesen. Also ich weiß es gerade noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal an den PC und fange an, meine Videos zu schneiden. Fange an, schon mal den Vlog zu schneiden. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Aber dass ich da schon mal in die Richtung gehend was tue. Und ich würde sagen, ich schmelde mich morgen wieder. Das ist toll. Das ist toll. Morgen ihr Lieben, heute ist Montag, der 7. Juli wollte ich schon sagen. Nein, August. Heute ist mein erster richtiger Urlaubstag. Und ich kriege hier gleich einen Anfall. Mein Freund ist heute früh weggefahren mit seinem Kumpel. Die sind eine Radtour machen nach Österreich. Und ich bin jetzt alleine zu Hause. Und ich habe gedacht, cool, schön, entspannten, ruhigen Vormittag. Nein, vergesst es. Nebenan in dem Haus haben sie ja die Balkone neu gemacht. Und jetzt schleppen die da irgendwelchen Bauschutt noch raus. Und klatschen den hier in so einen Container. Und bei uns im Keller wird irgendwas an den Wasserleitungen gemacht. Das heißt, ich habe kein Warmwasser. Und ja, da wird auch gesägt, gehämmert, gebohrt, gemacht. Und ich kriege hier gleich eins zu viel. Es ist gerade im Moment mal ruhig. Und ich, also... Ich bin so froh, dass ich jetzt erst mal zu meiner Arbeitskollegin fahre, zur Sabine. Und da erst mal zwei Stündchen gleich meine Ruhe habe. Und ja, es ist einfach nicht mehr schön hier im Moment. Ich dachte mir, ich zeige euch noch fix, was ich im Moment gerade lese. Und zwar dieses Buch hier. Das Vermächtnis des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist der letzte Teil der Flammenmädchen-Reihe. Und ich dachte mir, im Sinne von, ich muss meinen Reihen beenden, werde ich jetzt dieses Buch lesen. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar bekommen. Von der lieben Everly. Tower of Night heißt es. Und ich bin schon sehr gespannt. Da werde ich mal gucken. Das denke ich mal, lese ich nächste Woche. Und ja, jetzt lese ich erst mal das. Das ist auch nicht allzu dick. Da will ich heute Nachmittag dann noch drin lesen. Und danach mal gucken, was ich dann lese. Mal schauen. Ich halte auch für Niki noch eine Fuchsgeschichte. Naja, mal gucken. Aber den will ich eigentlich erst lesen, wenn ich den nächsten Wanderfuchsgeschichte habe. Weil der, glaube ich, einen fiesen Cliffhanger hat. Und deswegen schauen wir mal. Aber Sophie ist nur von mir. Wie gesagt, ich lese gerade das Flammenmädchen. Und jetzt werde ich mit dem Kleinen noch fix drei Meter laufen. Dann gehen wir zum Auto. Und dann fahren wir zu meiner Kollegin. Krankenbesuch machen. Und wir hoffen mal, dass es heute Nachmittag hier etwas ruhiger ist. Und dass ich vor allem wieder warm Wasser habe. Denn es ist heute nicht warm bei uns. Und ich müsste heute Sport machen. Aber wenn ich kein warmes Wasser habe zum Duschen, werde ich heute keinen Sport machen. Dann fällt das heute aus. Weil ich habe keinen Bock, mich mit eiligskaltem Wasser zu duschen. Nope, 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 nope. Und dann geht's. Das war's für heute. Musik Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, der 12. August und ich habe die ganze Woche nicht gevloggt. Ich wollte vloggen die ganze Woche, aber es ist einfach mal hier gar nichts passiert. Ich habe einfach mal nichts erlebt diese Woche und ich habe ja zwischendurch immer mal die Kamera mitgehabt, wenn ich irgendwo war und habe ein bisschen was gefilmt, das habt ihr ja gesehen. Aber ansonsten habe ich einfach mal nichts erlebt. Ich hatte eine Horrorwoche schlechthin. Ich hatte von Montag bis Donnerstagnachmittag kein warmes Wasser. Dienstag hatte ich gar kein Wasser mehr. Ich hatte Dienstag kein Internet, kein Fernsehanschluss. Ich habe Dienstag hier gesessen und habe gedacht, ich bin in der Steinzeit gelandet. Also das war ein ganz schrecklicher Tag. Dann bin ich jeden Morgen um halb sieben oder um sieben von den Bauarbeitern geweckt worden, die hier bei uns unten das Wasser gemacht haben. Und ich sage euch, ich hatte eine Horrorwoche schlechthin. Heute ist Freitag, heute ist der erste Tag, wo hier wieder Ruhe ist. Den habe ich jetzt genutzt zum Drehen. Weil eigentlich wollte ich das Video, was ich heute gedreht habe, schon die ganze Woche drehen. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, es hat funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das werde ich jetzt beim Schneiden sehen. Und ja, also es war nur Scheißwoche schlechthin. Wie gesagt, ich konnte meinem Urlaub nicht ausschlafen. Warum? Ich hatte hier keine Ruhe, weil stets und ständig irgendwelche Bohrarbeiten gemacht wurden. Die haben hier komplett die Warmwasserleitungen rausgeklopft und rausgesägt und gefräst und mit der Flex und geschweißt. Und es hat gerochen wie... Und oh, es war einfach eine Scheißwoche. Deswegen hatte ich auch keine Lust irgendwie... Deswegen wusste ich auch nicht so richtig, was ich euch erzählen sollte. Und ja, jetzt ist Freitag und die Scheißwoche ist hoffentlich jetzt damit rum. Ich habe natürlich auch gelesen. Ich hatte ja das Reich der Siebenhöfe gelesen, was ich ja beendet hatte. Das hatte ich euch aber, glaube ich, noch gesagt. Nachher habe ich angefangen mit Game On, chancenlos. Das habe ich gestern beendet. Das ist eine Nuettet-Geschichte mit College-Footballern. Und auch der zweite Teil der Game On-Reihe hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich mochte ihn sehr. Aber ich finde, es war irgendwie, was den Charakter betrifft. Also was ihn betrifft, das war mir zu einfach. Denn er war übelst der Aufreiser, hat sich jede Nacht eine andere ins Bett geholt und hat jede Nacht eine andere flachgelegt. Und dann lernt er sie kennen. Und von heute auf morgen hört er damit auf. Und wow. Das war ein bisschen so, sind Kerle wirklich so, ich mag es nicht glauben. Naja, auf jeden Fall hat mich das als einziges ein bisschen gestört an der ganzen Sache. Dass er so sofort so peng, er lernt sie kennen. Und sofort ist er ein anderer Mensch. Und das war so ein bisschen was, was das Ganze für mich ein bisschen fragwürdig und unglaubwürdig gemacht hat. Dann habe ich gestern angefangen, endlich mein Buch von meinem Sub zu lesen. Und zwar Queen of Clouds, die Wolkentürme von Susanne Gerdome. Dieses Buch steht auch schon seit gut zwei Jahren bei mir rum. Ich habe die ersten 110 Seiten gelesen. Also das Stück hier habe ich gestern gelesen. Und es ist definitiv ein Susanne Gerdome Buch. Ich hatte ja letztes Jahr das Haus der tausend Spiegel von ihr gelesen. Was mich ja zum Ende hin sehr verwirrt hat. Und ich muss sagen, Susanne Gerdome hat wirklich einen echt ausgefallenen Schreibstil. Also ich kann gar nicht sagen, was ihn so besonders macht. Aber sie hat eine ganz eigene Ausdrucksweise. Sie formuliert ganz eigene Sätze, die man so auch nicht erwarten würde. Und sie verwendet Metaphern auf jeden Fall auch sehr gern. Und ja, ich finde, es ist definitiv mal was anderes. Es ist ein bisschen anstrengender zu lesen auch. Aber ich mag die Geschichte bisher und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Und ja, mal schauen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss endlich mal ein Buch von meinem Sub lesen. Und deswegen lese ich gerade Queen of Clouds, die Wolkentürme von Susanne Gerdome. Dann habe ich gestern noch angefangen, den 10. Teil der Fuchsgeschichte von Niki zu lesen. Fuchsmut heißt er und da bin ich jetzt bei 44%. Das werde ich dann heute auch noch fertig lesen. Dann möchte ich mit der Herbstprinzessin von Niki noch anfangen. Da habe ich auch die ersten drei Teile schon von ihr bekommen zu lesen. Und ja, dass ich die Bücher von Niki auf jeden Fall alle mal so langsam fertig kriege. Niki hat mir auch heute geschrieben, dass sie gerade mit Fuchs 11 gute zwei Drittel hat. Und dass sie das heute noch beenden möchte und mir dann auch noch schickt. Das finde ich sehr gut, weil dann bin ich da dann auch gleich wieder up to date. Dann kann ich das auch gleich noch mitlesen. Ansonsten habe ich noch ein Rezensionsexemplar von der Everly bekommen. Everly ist auch Selbstpublisherin. Und von ihr habe ich Anfang des Jahres die Nachtfalter-Dilogie gelesen. Und das war ja eine Dilogie, wo es eine Dreiecksbeziehung gab, die ich so auch noch nicht gelesen hatte. Von der Konstellation her und auch vom Ende her. Und sie hat eine neue Buchreihe rausgebracht. Tower of Nights heißt sie. Und da hat sie mir das Buch als Rezensionsexemplar wieder zugeschickt. Denn ich fand es sehr interessant. Und das ist auch kein Buch, was extrem lang ist. Das sind glaube ich so um die 200 Seiten, was die Geschichte hat. Und das möchte ich dann auf jeden Fall auch noch mitlesen. Und ja, das sind ja alles so kurze Geschichten, sage ich mal eher. Und nebenbei werde ich dann halt immer noch das hier noch mitlesen. Und dann noch ein anderes Buch von meinem Sub vielleicht endlich mal. Mehr geht das jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Es ist seit Tagen Regenwetter. Ich kann die Kamera also auch nicht mit rausnehmen. Und euch immer hier in der Wohnung zu filmen, was ich den ganzen Tag so treibe, ist ja für euch auch langweilig. Deswegen habe ich da jetzt nicht weiter gefilmt, die Woche. Ich habe ja nächste Woche noch Urlaub. Und wenn ich da irgendwas Spannendes noch erlebe, nehme ich euch natürlich auf jeden Fall wieder mit. Und vlogge nochmal. Aber ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle erstmal von dem Vlog. Ich beende den jetzt an dieser Stelle auch. Und bedanke mich natürlich wie immer fürs Gucken. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.